einen wunderschönen da bin ich mal wieder euer Odin mit einem lebenszeichen nach dem krankenhaus ich habe eigentlich noch bettruhe aber ein bisschen kann ich schon machen und ihr seht hier hat sich ein bisschen was angesammelt das werde ich jetzt mal so ein bisschen nach und nach abarbeiten ja ich wollte mich bei allen ganz recht herzlich bedanken für die guten besserungen die gute besserungswünsche die mir geschrieben habt und bei facebook bei twitter bei facebook bei meinem privaten profil bei der gruppe bei der seite bei youtube also überall da erstmal ein recht herzliches dankeschön an euch ja wie ihr seht hier ist ein jetzt zu arbeiten abzuarbeiten das habe ich mir selber gekauft das kommt mal gleich wo den wir einkaufen und das sind sachen die mir gestellt wurden wo sie gefragt haben ob ich darüber mal videos machen wollen würde wo ich gesagt habe ja da sind ein paar tolle sachen mit bei mitunter auch so eine android box die ist auch schon benutzung bei mir die teste ich jetzt schon ein paar tage ein paar wochen also vom krankenhaus kamen sie und habe gleich angefangen und seit ich wieder da bin benutze ich sie regelmäßig da werde ich dann auch hier so kodi mit drauf da werde ich auch dann noch mal ein video machen ein anleitungsvideo für kodi und wie ihr kodi erweitern könnt mit bestimmten apps um filme und serien zu gucken das werde ich euch dann alle zeigen ja das soll es jetzt jetzt hier erst mal auch gewesen sein noch mal ganz recht herzliche danke ich werde das video jetzt schnellstmöglich bearbeiten hier die werde ich jetzt schon das vorab hier werde ich hier machen und das werde ich machen und ich habe auf der kamera ja noch vor dem krankenhaus vom tätowieren videos drauf die ich noch bearbeiten werde und ich habe mir zwei e-zigaretten gekauft da habe ich mir auch schon zwei videos gemacht und ja gestern habe ich ja dann kam vorerst dann kam ein paket ich habe mir liquids bestellt weil ich mal wieder was neues brauchte da habe ich ja schon bild gepostet da bin ich gerade am testen das ist echt lecker habe ich den karton jetzt nicht hier kann ich euch mal die firma zeigen von denen habe ich mir liquids gekauft drei stück habe ich erst mal auf dem tröpfleit testet sehr lecker und jetzt habe ich den erdbeer habe ich jetzt im griffin 25 den kaufbeleg habe ich hier auch drin aber den kram ich jetzt hier nicht extra raus ich habe 23 euro noch was bezahlt oder so weiß ich jetzt nicht genau aber das zeige ich euch dann in dem in dem video wo es darum geht jetzt will ich erst mal die noch ein bisschen durchtesten dass ich euch dann ein bisschen mehr zu sagen kann das bin ja gerade am anfang vom verkosten so ja das soll es dann soweit gewesen sein spiele habe ich auch noch ein paar die ich mit euch dann demnächst spielen werde ich weiß noch nicht ob ich die jetzt live machen werde oder ob ich tagsüber was aufnehmen werde weil abends gehe ich jetzt momentan bei zeiten ins bett weil durch die schmerzen und so ich habe immer noch eine seite habe ich immer noch die innen habe ist auch richtig warm und so da stehe ich noch unter beobachtung kann sein dass ich dann noch mal rinden muss und das nochmal aufgeschnitten wird und dann mal gucken abwarten tee trinken so bis dahin verabschiede ich mich jetzt aber erst mal Ahoi sagt euer Odin und dann